Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Willkommen hier auf dem Hobbystand in Halle 9. Hobby Cat Company sitzt in Oceanside Kalifornien. Angefangen hat alles mit Segeln, Hobby-Katamaranen, Strand-Katamaranen, Beach-Katamaranen, Surfbretter, aber auch Kajaks. Das neueste Kajak von Hobby, das stehen mir gerade vor, das ist das Hobby Pro Engler 360. 360 deswegen, weil der neue Antrieb von Hobby ist ein 360-Grad-Antrieb. Das ist ein Finne-Antrieb, kein Propeller. Die ganze sieht so aus, das ist ein Fuß-Tret-Antrieb. Die Finne flexen unter Wasser und dadurch sorgen die für den Vortrieb. Interessant an der ganzen Sache ist, dass ich damit nicht nur geradeaus fahren kann, sondern auch aus dem Cockpit über die Hände kann ich die Finne 360-Grad drehen. Ich kann nicht nur vorwärts fahren, rückwärts, sondern auch seitwärts oder diagonal nach vorne. Alles mit voller Geschwindigkeit. Wenn ich richtig rein trampel, 13 kmh. Unsere neuen Finnen haben alle die Kick-Up-Technology. Das heißt, ich fahre irgendwo gegen, Stein oder an den Strand. Mit Berührung klappen die Finne hoch. Und sobald ich weiter trampel, es geht jetzt natürlich nicht um Trockene, aber im Wasser gehen die Finne einfach wieder nach vorne. Die Finne möchten immer nach vorne gehen. Der Hobby-Pro-Engler 360 kostet 5700 Euro. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Dijuaio. Mein Pool.